Die wilden Kerle sind erwachsen geworden. Jetzt suchen sie Kinder, die wild genug sind, in ihre Fußstapfen zu treten. Wer sich traut, soll zum wilde Kerle-Fußball-Erlebnis kommen. Bei den wilden Kerlen erlebst du das spektakulärste und wildeste Fußballtraining aller Zeiten. Im Teufelstopf finden die besten Wettbewerbe statt. Der Glücksfeuerschuss, der Zielschuss auf das wilde Tor. Umdribble die Galaktischen beim Superdribbler. Dampfhammerhart, wer hat den härtesten Bums? Der Hexenkessel, magische Zauberspiele mit fantastischen Tricks. Und am Ende, wenn du bewiesen hast, dass du wirklich wild bist, bekommst du dein wilde Kerle-Trikot überreicht. Und das Trikot mit dem Stern, das es nur beim wilde Kerle-Fußball-Erlebnis gibt. Alles ist gut! So lange du meinst! Eins, zwei, drei! Die Legende lebt. Ab Februar im Kino und ab März in deiner Region. Jetzt anmelden. Eier Van Erik Drieden 38 Sgebib 4. 5. 5. 7. Tube 5. Vielen Dank.